Ja, ihr Lieben, wir wollen noch einmal den Epheserbrief miteinander aufschlagen und zu dem ersten Thema miteinander Gottes Wort hören. Epheser Kapitel 1, ich lese noch einmal den siebenten Vers und dann wollen wir miteinander auf ein Wort aus dem ersten Korintherbrief hören. Zuerst also noch einmal Epheser 1, Kapitel 1, Vers 7. Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dazu aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11. Erste Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11. Da steht geschrieben, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Soweit die Schriftlesung. Ihr lieben Geschwister und Freunde, ich nehme an, ihr habt alle diese schöne, ansprechende Einladung bekommen. Gemeinde Jesu Christi im Gefälle der Endzeit. Ich nehme an, dass ich über die Endzeit kaum ein Wort sagen muss, dass wir die Überzeugung sind, von all den politischen, sittlichen, moralischen und geistlichen Ereignissen, die sie in diesem Jahrhundert Ereignis haben, dass wir doch spüren, mit der gegenwärtigen Menschheitsgeschichte geht es dem Ziele zu, von dem unser Heiland gesagt hat, dass er wiederkommt, um diese Welt zu vollenden. Und nun leben wir als Gemeinde Jesu in dieser Endzeit, leben und leiden diese Endzeit mit durch, sind von dieser Endzeit angefochten, stehen in der Gefahr, in dieser Endzeit verführt zu werden. Und so haben wir uns das Thema gestellt, als Gemeinde Jesu im Gefälle dieser Endzeit. Gefälle heißt, es fällt nach unten. Als Gemeinde Jesu im Gefälle dieser Endzeit. Wie können wir als Glaubensgemeinde, als solches, die an den Herrn Jesus Christus glauben, an Gott glauben durch den Herrn Jesus Christus, wie können wir ein Glaubensleben mitten in dieser modernen Computer- und Weltraum-Satellitentechnik-Welt bestehen? Das ist die große Frage. Und so habe ich hier als erstes Thema gewählt, die Grundlage unseres Glaubens. Morgen das zweite Thema, der Anfang eines neuen Lebens aus Gott. Und natürlich ist dieses neue Leben mit Gott. Und das Leben mit Gott oder der Glaube an Gott ist ja nicht nur ein gedankliches Fürwahrhalten, sondern gibt uns die Echtheitzeichen, dass wir wahrhaft jünger Jesu sind, in der Heilsgewissheit. Luther hat gesagt, wer die Heilsgewissheit leugnet, speit den Glauben aus. Es ist also ein Glaube ohne das Erlösungswerk Jesu nicht möglich. Es ist ein Neuanfang im Glaube nicht möglich, wenn wir nicht durch die Wiedergeburt göttliches Leben bekommen. Und es ist ohne Heilsgewissheit nicht möglich, ein Jünger Jesu oder ein Kind Gottes zu sein. Wenn ihr mal diese Reihenfolge durchlest hier, wie wir heute Abend beginnen und wie sich dann das die ganze Woche fortsetzt, dann seht ihr, dass wir in einer indirekten Weise den ganzen Heilsplan Gottes miteinander durchnehmen und dass wir mit dem Erlösungswerk beginnen, dass unser Heiland am Kreuz auf Golgatha starb, dass wir dann über die Wiedergeburt sprechen, über die Heilsgewissheit, über die Heiligung und dass wir dann über die Wiederkunft unseres Herrn sprechen. Unsere Glaubensvollendung ist das Kommen unseres Herrn. Die Zeichen der Zeit, die die Wiederkunft ankünden, dass wir als Gemeinde Jesu in der Aufbruchssituation sind, unserem Herrn zu begegnen und dass der Herr durch seine Wiederkunft das Werk der Lösung in der herrlichen Weltvollendung vollenden wird. Darum geht es also in dieser Woche. Es geht also nicht um den Heilsplan Gottes, dass er jetzt wie ein Film durch die Jahrtausende der Heilsgeschichte an uns vorüber zieht. Dann müssten wir bei der Schöpfung beginnen und über Abram und die Geschichte Israels bis nach Golgatha und durch die Geschichte der Gemeinde Jesu bis heute über den Heilsplan sprechen. Nein, es geht in dieser Woche um uns ganz persönlich, um dich und um mich. Wie stehen wir zu diesem großen Heil unseres Gottes? Wie stehen wir im Glauben zu diesem lebendigen, dreimal heiligen Gott, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen? Der Dichter sagt, schnell tritt der Tod den Menschen an. Es ist ihm keine Frist gegeben, er stürzt ihn mitten in der Bahn, er reißt ihn fort von dem Leben. Bereitet oder nicht zu gehen, er muss vor seinem Richter stehen. Er muss, ob er will oder nicht. Die Leute lassen sich ja heute verbrennen und wenn sie verbrannt sind, lassen sie ihre Asche ins Meer streuen. Dazu sagt man Sehbeedigung. Um zu dokumentieren, dass es keinen Gott gibt, kein Jenseits gibt, kein Wiedersehen. Ihr Lieben, das sind alles vergebliche Versuche, Gott zu entfliehen. Wir müssen einmal vor dem dreimal heiligen, lebendigen, ewigen Schöpfer Gott erscheinen und wir werden erkennen müssen, dass Gott ein Recht hat, uns vor seinen Thron zu zitieren, weil wir das einzige Geschöpf im Himmel und auf Erden sind, das zum Bilde Gottes geschaffen ist. Das sind wir Menschen, geschaffen zum Bilde Gottes. Und zum Bilde Gottes geschaffen heißt, wir sind moralisch sittlich verantwortlich und bewusste Wesen, die wir entweder in der Sünde gegen Gott oder zur Ehre für Gott leben. Und deswegen müssen wir uns nun die Frage stellen, da früher oder später die große Stunde kommt, unsere Väter sagten, wo der Sensenmann nach uns greift, die eiskalte Hand des Todes uns abruft, in 100 Jahren lebt keiner mehr von uns, nicht ein einziger, nicht ein einziger. Früher oder später ist die Stunde da, wo wir sterben müssen. Weil dem so ist, müssen wir uns auf diese große Stunde Gott zu begegnen vorbereiten und müssen uns die Frage stellen, wir müssen auch unseren Glauben hinterfragen lassen, sind wir wirklich Gläubige, gehören wir zur Gemeinde Jesu Christi? Wenn, wie können wir als Gemeinde Jesu Christi im Gefälle dieser Endzeit bestehen? Und wenn wir über dieses Thema sprechen wollen, müssen wir natürlich bei der Grundlage der Gemeinde anfangen. Müssen wir bei der Grundlage des christlichen Glaubens anfangen. Christlich kommt ja von Christus. Und wir fragen jetzt, wo ist denn die Grundlage des christlichen Glaubens? Darf ich es noch einmal lesen? 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund, da haben wir das Stichwort, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist und das ist Jesus Christus. Steht also in der Bibel, dass Jesus Christus ein Grund, ein Fundament, eine Grundlage ist, eine Glaubensgrundlage und diese Glaubensgrundlage, die unser Herr Jesus Christus in seiner Person ist, die ist er auch in seinem Werk, was er für uns getan hat und zu diesem Werk sagen wir Erlösungswerk. Und deswegen unser Thema, das Erlösungswerk Jesu Christi, die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Nun, ihr Lieben, wir haben heute Abend keine Kinderstunde hier. Ich möchte jetzt nicht eine Nacherzählung aus dem Alten oder Neuen Testament bringen, aber ich muss doch auf dieses eine Fundamentale zurückkommen. Was ist denn nun das Erlösungswerk Jesu Christi? Oder wie es im Neuen Testament so oft heißt, das Evangelium. Nun, man könnte jetzt das griechische Wort erklären, Euangelion, frohe Botschaft, schöne Botschaft, wunderbare Botschaft, herrliche Botschaft. Der Angelos ist der Bote und Angelion ist die Botschaft und Euangelion, daraus ist Evangelium geworden. Dazu sagen wir frohe Botschaft. Was ist denn nun das Frohe an dieser Botschaft? Nun, das ist, dass der Jesus Christus als Sohn Gottes in die Welt gekommen ist, dass er als Sohn Gottes auf dieser Erde gelebt hat, dass er freiwillig für uns an das Kreuz von Golgatha gegangen ist, dass er am dritten Tage auferstanden ist aus dem Toten, dass er gen Himmel gefahren ist und dass er zehn Tage nach der Himmelfahrt, wir sagen dazu Pfingstum, die Fülle des Heiligen Geistes auf diese Erde gesandt hat, damit wir neue Menschen Kinder Gottes werden können. Das, ihr Lieben, ist das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Das ist also die Grundlage, dass der Jesus Christus als Sohn Gottes Mensch wurde durch den Leib der Jungfrau Maria, dass er im Heiligen Lande, in der heiligen Stadt Jerusalem lebte, dass er dort die Wundertat, dass er dort die Toten auferweckte, dass er dort die Dämonen austrieb, dass er dort die Kranken heilte und dass er dann in dem Höhepunkt seines Erdenwandels am Kreuz von Golgatha starb und in seinem Sterben das Erlösungswerk für uns Sünder vollbracht hat. Ihr Lieben, das ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Wenn man so mit Menschen spricht und ich habe ja für jeder Gläubige viel Gelegenheit dazu, auch früher, als ich noch nicht evangelistisch reiste, habe ich viel mit Menschen gesprochen, dann kann man den Leuten hundert Fragen stellen und was verstehen sie unter dem christlichen Glauben? Und da bekommt man hundert Antworten darauf. Also christlicher Glaube heißt in die Kirche gehen. Christlicher Glaube heißt den Armen helfen. Christlicher Glaube heißt soziales Engagement. Christlicher Glaube heißt demnächst nichts Böses tun. Christlicher Glaube heißt eines evangelischen und anderes katholisch und nun wird alles aufgezählt, was die Menschen unter dem christlichen Glauben verstehen. Tja, ihr Lieben, da können wohl winzige Teilwahrheiten sein, dass wir, wenn wir einen christlichen Glauben haben, gewiss als anständige Menschen leben und gewiss am Sonntagmorgen uns unter dem Evangelium versammeln. Das ist gewiss richtig. Aber das ist doch nicht christlicher Glaube. Ihr Lieben, in christlicher Glaube ist das ein Mensch den Anspruch des Evangeliums im Bibel lesen oder in einer Predigt hört, dass durch die Verkündigung des Evangeliums der Ruf Gottes in mein Herz hineinfällt, dass ich mich als Sünder erkenne, wie es in der Bibel heißt, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen und ich bin in Sünden geboren. Und wenn ich mich als Sünder erkannt habe, dass ich dann der Botschaft des Evangeliums glauben darf, dass für mich Sünder der sündlose Sohn Gottes Jesus Christus in die Welt gekommen ist und er ist für meine Sünden gestorben, weil er selbst keine Sünden hatte, für die er sterben musste. Er war nämlich sündloser Gottessohn. Wie oft lesen wir das in der Bibel, dass er für uns gestorben ist, dass er sich für uns dahin gegeben hat. Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der christliche Glaube hat also einen Bezug und der Bezug des christlichen Glaubens ist nicht irgendein moralisches Wohlverhalten in unserem persönlichen Leben, sondern der Glaubensbezug ist auf eine Person gerichtet, das ist Jesus Christus und diese Person ist am Kreuz von Golgatha für mich gestorben, ist auferstanden, hat den Tod überwunden, ist kein Himmel gefahren, sitze zur rechten Gottes des Vaters und warte, bis ich mich sünder, zu dieser göttlichen Person, dieses Heilandes Jesus Christus bekehre, von ihm Vergebung der Sünden, Heilsgewissheit, ein neues Leben empfange und ein Kind Gottes werde. Ihr Lieben, das ist der christliche Glaube. Im christlichen Glauben steht die Person und das Erlösungswerk unseres Herrn Jesu Christi im Mittelpunkt. Das ganze Neue Testament spricht von dieser Grundlage des christlichen Glaubens. Alle vier Evangelien, Matthäus, Marikus, Lukas, Johannes, reden davon, dass der Jesus Christus am Kreuz von Golgatha das Erlösungswerk für uns Sünder vollbracht hat. Und die 28 Kapitel der Apostelgeschichte erzählen uns, wie dieses vollbrachte Erlösungswerk nicht im Winkel in Jerusalem oder Israel blieb, sondern durch die Apostel später, besonders durch den Apostel Paulus, in das ganze römische Weltreich hineingetragen wurde, bis hin nach Spanien soll der Apostel Paulus gekommen sein. Im dritten Jahrhundert hatten germanische Stämme Goten genannt unter ihrem Bischof Wulfila bereits die Bibel, das Alte und das Neue Testament. Das Evangelium strömte in die Welt hinaus. Und die 21 Briefe, die wir im Neuen Testament haben, die erklären uns dieses Wunderwerk der Erlösung. Was ist nun christlicher Glaube? Christlicher Glaube ist, ich vertraue mein Leben dem Herrn Jesus Christus an, von dem hier in Epheser 1 Vers 7 steht, an welchem wir haben, die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Christlicher Glaube heißt, ich erkenne mich als Sünder. Christlicher Glaube heißt, ich sehe, dass ich verloren bin, dass ich ein Kandidat der ewigen Verdammnis bin, aber Gott hat für mich den Erretter, den Heiland gesandt und dieser Heiland ist für mich gestorben am Kreuz. Als er rief, es ist vollbracht, hat er auch an mich gedacht, nun darf ich an diese Person dieses Gottessohnes Jesu Christi und und dann werde ich Christ. Das andere mag vielleicht Glaube sein, aber kein christlicher Glaube. Es gibt einen buddhistischen Glauben und einen murmedanischen Glauben, nicht? Friedrich von Schiller hat ja auch einen Glauben gehabt, nicht? Brüder, fliegt von euren Sitzen, wenn der volle Römer kreist, lasst den Schaum zum Himmel spritzen, dieses Glas dem guten Geist. Also, Gott ist irgend so ein guter Geist. So ein höheres Wesen da oben, nicht? Der liebe Gott, der Herr Gott, irgend so was undefinierbares. Ich erlebte mal in der Schweiz die Beerdigung mit von dem früheren Privatsekretär, des früheren Schafs von Persien. Sie wissen, dass der Schaf von Persien 1979 gestürzt wurde, in der Zwischenzeit längst gestorben. Und da kam extra der Botschafter angereist, er hielt an eine lange Ansprache, wir haben alle nur einen Gott. Ihr Christen und wir Mormedaner, wir haben nur diesen einen Gott. Ihr sagt Gott und wir sagen Allah. Ja, es hätte uns nur noch ein Buddhist dazu gefehlt. Und jemand, der ein Anhänger von Konfuzius oder Laozi aus China ist. Und dann hätten wir noch ein paar Religionsstifter dazu haben können und dann hätten wir gesagt, ja, wir haben alle den Glauben an ein höheres Wesen. Und dieser Glaube macht uns nicht selig. Warum nicht? Erstens ist das eine religiöse Wahnvorstellung, die in aller außen biblischen Religionen sind, mit dem höheren Wesen. Wir haben nur in der Heiligen Schrift die wahre Gottes Offenbarung, dass der eine Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sich im Volke Israel, Abraham, Isaac, Jakob offenbart hat, das lesen wir im Alten Testament, und dass dieser eine Gott seinen Sohn gesandt hat, der für unsere Sünden am Kreuze starb. Fragen wir doch mal Herrn Mohammed, ob er am Kreuz für die Sünden der Welt gestorben ist. Fragen wir doch mal Buddha, 500 vor Christus hat der gute Mann gelebt, ist der am Kreuz für die Sünden der Welt gestorben? Jetzt können wir mal alle Religionsstifter fragen, gibt es einen auf dieser Erde, der das getan hat, was unser Heiland Jesus Christus getan hat? wir müssen sagen nein, auf der ganzen Linie nein. Jetzt stellen wir die Frage von der anderen Seite, hätte sich der Mohammed oder der Buddha oder wer es auch war, wirklich kreuzigen lassen? Frage, hätte das uns Sünder selig gemacht? Nein, warum nicht? Weil es Sünder waren, wie du und ich, sie hätten am Kreuz für unsere Sünden sterben können und Mohammed hat ja 600 Jahre nach Christus gelebt und hätte ja seinen Anhängern sagen können, ich mache das jetzt, was dieser Jesus von Nazareth auch getan hat, ich lasse mir ans Kreuz nageln und dann glaubt daran, dass ich euch die Sünden vergeben habe. Hätte das einen Menschen selig gemacht? Nein, warum nicht? Weil der Mohammed garantiert nicht aus dem Toten auf verstanden wäre und der Buddha und all die anderen Religionsstifter auch nicht, warum nicht? Weil sie Sünder waren, weil die Bibel sagt, der Tod ist der Sünde sollt. Das heißt, der Tod hält jeden Menschen, der Sünder ist und es gibt nur einen, der den Tod überwunden hat und das ist unser Heiland Jesus Christus, der ohne Sünde war und unser dritten Tage auferstehen, weil er ohne Sünde war. Und dann merken wir auf einmal, wenn hier die Bibel sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welches in Jesus Christus. Ja, ihr Lieben, das ist ja gewaltig, die biblische Heilsoffenbarung, das ist ja einmalig. Der Jesus Christus ist als sündloser Gottessohn Mensch geworden. Er kam nach Römer 8, Vers 3 in die Gestalt des Fleisches der Sünde, lebt unter dem sündigen Menschengeschlecht, war von Sündern umgeben und hat nie eine Sünde getan. Und nun stirbt er freiwillig am Kreuz für unsere Sünden, das Sühne leiden, um uns mit dem Vater zu versöhnen, um uns die Sünden zu vergeben, ist wahrhaftig gestorben, ist in das neue Grab des Josef von Arimatia gelegt worden und ist am dritten Tage auferstanden. In Johannes 10 sagt der Heiland, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich habe Macht, mein Leben zu lassen, das mein Leben wiederzunehmen, das heißt aufzuerstehen. Und warum hatte der Jesus die Macht aufzuerstehen? Am dritten Tag aus den Toten? Weil er ohne Sünde war. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und weil der Tod ihn nicht halten konnte, hat der Jesus durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Und wer an den Herrn Jesus glaubt, der wird den Tod nicht sehen ewiglich. Da steht in Johannes 8 Vers 51. Weil er für uns alle den Tod geschmeckt hat, sagt Hebräer 2 Vers 9. Und frage ich euch, lieben Freunde, wenn das die Grundlage unseres christlichen Glaubens ist, dann ist ja der Glaube an den Herrn Jesus Christus all dem anderen, was heute an Glauben den Menschen angeboten wird, ja, das ist ja gar nichts gegen das, was unser Heiland Jesus Christus für uns getan hat. Das sagen wir jetzt nicht hochmütig, sondern mit tiefer Dankbarkeit. Der Jesus Christus ist der einmalige herrliche wunderbare und nur das ist der eine wahre und der eine christliche Glaube. Wenn ein Mensch sich als verlorener Sünder kennt und an diesen wunderbaren Heiland glaubt, dann wird er selig werden. Vielleicht darf ich es mal etwas anders sagen. Das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus hat in dieser Grundlage ja, wie soll ich sagen, vier gewaltige Säulen. Die eine Säule ist seine Menschwerdung, die zweite Säule ist seine Kreuzigung, die dritte Säule ist seine Auferstehung und die vierte Säule seine Himmelfahrt. Würden wir jetzt eine von diesen vier Säulen wegreißen, dann würde das ganze Gebäude der Erlösung zusammenstürzen. Warum? Ihr wisst, was moderne Theologie ist. Besser gesagt, moderne Theologie. Ihr wisst ja, was moderduft ist. Wenn etwas verfault, dann modert es. Und diese moderne Theologie ist eigentlich gar nicht so modern. Im vorigen Jahrhundert lebte schon ein gewisser David Friedrich Strauss. Das war schon ein Vorläufer von anderen Professoren, die uns in den Ohren klingen, Rudolf Bultmann und wie die Namen alle sind, wo behauptet wird, Jesus von Nazareth war nur ein Mensch, wie jeder andere Mensch auch. Seine Gegner haben ihn an das Kreuz geschlagen, er ist gestorben, aus und vorbei. Die und haben den christlichen Glauben in diesen Jesus von Nazareth hinein projiziert. Wenn ich also jetzt das Recht verstehe, dann würde ich sagen, im Jahre 1749 sei ein gewisser Johann Wolfgang von Goethe in Frankfurt geboren und wenn ich jetzt meine Werke von Goethe aufschlage und lese darin, in dem Augenblick projiziere ich etwas hinein, komme mit dem großen Dichter in Verbindung und Goethe ist für mich jetzt in meinem Inneren, in meinen Gedanken für mich auferstanden in seinen Werken. Obwohl er längst tot ist. Er ist an Weimar gestorben 1832 und die moderne Theologie behauptet genau das. Jesus von Nazareth ist tot, die Jünger haben sich erinnert, als er tot war, wenn jemand gestorben ist, sieht man sowieso alles im rosen und goldigen Lichte und das haben sie im Neuen Testament niedergeschrieben und damit haben sie die Welt erfüllt. Das ist moderne Theologie Rückbesinnung auf die Taten eines Toten, auf die Taten, die dieser Tote getan hat, als er doch lebte. Ihr Lieben, das ist ja grässlich. Und seht einmal, wenn unser Thema lautet Gemeinde Jesu im Gefälle der Endzeit, da sieht man doch, dass gerade diese sogenannte moderne Theologie uns das Fundament wegreißen will. Gerade in der Menschwerdung Jesu, dass er aus dem Heiligen Geist geboren ist, durch die Jungfrau Maria, dass er keinen irdischen Vater hatte, dass Gott sein Vater war, so lesen wir besonders in Lukas 1, in Matthäus 1, gerade die sündlose Zeugung und Geburt unseres Herrn Jesu ist ja die Garantie dafür, dass er als Sündloser den Tod überwinden und auferstehen konnte, dass er als sündloser stellvertretend deine und meine Sünden tragen konnte, wäre er ein Sünder wie wir und unsere Kinder, ja dann wäre er vielleicht für seine eigenen Sünden gestorben, aber nicht für unsere und wenn die Bibel im 2. Korintherbrief sagt, dass Gott den Herrn Jesus für uns zur Sünde gemacht hat, dann bedeutet das, weil der Jesus ohne Sünde war, hat er sich unter die Sünden der Welt gebeugt, dass die Sünden aller Sündern Gethsemane auf ihn gelegt wurden, des Ölbergs Garten kniet, er schweißbedeckt sein Angesicht, ringend dort für deine Sünde, rührt dich diese Liebe nicht. Die Morde aller Mörder, die Lügen aller Lügner, die Hurerei aller Ehebrecher, die Dieberei aller Räuber, alles was es von Sündern an Sünden auf diese Erde gibt, hat der Vater auf den Sohn gelegt und der Sohn hat stellvertretend die Sünde aller weil er selbst ohne Sünde war. Das ist das Geheimnis der sündlosen Menschen unseres Herrn Jesu. Er war nicht ein Mensch wie wir. Er ist zwar in seinem Menschsein, in seiner Gestalt, in seinem Fleisch und Blut auf dieser Erde gewesen, aber er war ohne Sünde. Und deswegen ist die Kreuzigung das Sühneleiden, das er stellvertretend für uns gelitten hat, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Denn das Alte Testament ist erfüllt gewesen davon, dass Israel die vielen blutigen Opfer brachte, dass ein unschuldiges Opfer Lämmlein für den sündigen Israeliten da am Altar geschlachtet und geopfert wurde. Und Gott der Vater konnte nur das Opfer seines sündlosen Sohnes annehmen und anerkennen, weil das Opfer seines Sohnes das Sühneleiden auf Golgatha die Ehre Gottes des Vaters wiederhergestellt hat, die die Sünde der Menschen zerstört hat. Weil der Jesus der einzige Mensch war, der moralisch auf dieser Erde sündlos gelebt hat, alle Gebote erfüllt hat, als man ihn verurteilen wollte, fand der hohe Priester keinen Anklagepunkt gegen ihn und Pontius Pilatus musste dreimal bezeugen, ich finde keine Schuld an ihm. Dreimal. So steht es im Neuen Testament. Das Lukas Evangelium berichtet es genauso wie das Johannes Evangelium. Dreimal musste Pilatus bezeugen, ich finde keine Schuld an ihm. So sündlos war der Sohn Gottes und weil er als der Sündlose lebte und den Willen des Vaters vollkommen erfüllt hat, auch in Gethsemane hatte den Willen des Vaters erfüllt, indem er mit den Kelch getrunken hat. Tja ihr lieben, dadurch wurde die Ehre Gottes wiederher gestellt. Dadurch wurde der Zorn Gottes gestillt, weil der Jesus Christus das Zorngericht über die Sünden alle Sünde auf sich nahm und am Kreuze schreien musste, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir kennen dieses Wort, Eli, Eli, Lama Asaptani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, der Vater musste den Sohn verlassen, weil die Sünden der ganzen Welt auf dem Sohne lagen. Und dadurch hat er uns mit dem Vater versöhnt, dadurch hat er das Gericht über die höllische Verdammnis getragen, wir hätten die höllische Verdammnis verdient, aber stellvertretend ist er für uns in den Tod gegangen und Gott hat ihn behandelt, als ob er alle Sünden getan hätte, die die Menschen auf dieser Erde getan haben. So ist also seine Kreuzigung ein gewaltiges Heilswerk gewesen, dass er uns mit dem Vater versöhnt hat, dass sein Blut, das er für uns vergossen hat, uns rein macht von aller Sünde und dass er der Schlange den Kopf zermalmt hat, dass er den Satan so besiegt hat, dass der Teufel in alle Ewigkeit ein besiegter Feind ist und dass uns gerade von der Machenschaft, von der Machthaberei, von der Obrigkeit, von den geistlich-juristischen Anrechten des Satans erlöst hat, deswegen steht hier in Epheser 1, Vers 7, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut. Ja, von was sind wir denn erlöst? Wir sind erlöst von den Ansprüchen des Satans. Hat er Ansprüche an uns, der Satan? Ja. Und welche Ansprüche hat er? Wir haben seit dem Sündenfall das Wesen des Satans an uns. Alle. Und wie heißt das Wesen des Satans? Sünde. Was ist Sünde? Sünde ist das Wesen einer gefallenen Persönlichkeit. Der Satan ist eine gefallene Persönlichkeit, ein Lichtes Engel. Die lateinische Übersetzung der Vulgata sagt im Alten Testament über diesen Lichtes Engel Lucifer Lichtträger. Dieser Lucifer, dieser Lichtträger ist ein gefallenes Engelwesen. Und ihm ist es gelungen, dass er unsere Voreltern Adam und Eva verführt hat, hat sie ins Verderben gerissen, dieser Lichtträger. Er ist doch Schlange geworden, zum Diabolos, zum siebenköpfigen Drachen, lesen wir in Offenbarung, Kapitel 12, Vers 3. Und dieser ehemalige Lichtträger ist eine gefallene Persönlichkeit geworden, weil der Satan gestürzt ist. Der Satan hat sich gegen Gott empört. Und durch seine Gottesempörung ist der Satan gestürzt. Und das Wesen des Satans ist Sünde. Sünde heißt gegen Gott. Sünde heißt, dass sich der Satan selbst zu Gott gemacht hat. Und das Wesen haben wir an uns. Der Mensch betrachtet sich als wäre er selber Gott. Sünde kommen von dem altgemeinischen Wort Sünd. Wer an der Waterkant groß geworden ist, an der Ost- oder Nordsee, der weiß, was Sünd ist. Sünd heißt Tiefe. Das altgermanische Wort Sünde kommt von Sünd. Zwischen uns und Gott steht die Tiefe, der tiefe Abgrund der Sünde. Sünde ist Trennung von Gott. Sünde ist Wesen des Satans. Sünde ist verloren sein. Sünde ist gebunden an den Satan. Sünde ist dem Tode verfallen sein. Und nun lautet unser Thema das Erlösungswerk Jesu Christi, die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Ja, was hat denn der Jesus Christus getan, als er als Sündloser am Kreuz von Golgatha starb? Dann hat er uns von den Anrechten des Satans erlöst, von unseren Sünden. Da hat er die Macht der Sünde gebrochen, da hat er der Schlange den Kopf zertreten. Kolosser 2 Vers 15 sagt, er hat die dämonischen Fürstentümer ausgezogen, hat ein Triumph aus ihnen gemacht. Das Blut unseres Herrn Jesus Christus hat uns in alle Ewigkeit von diesen finsteren Machenschaften des Satans erlöst, dass wir frei sein dürfen, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. Und im ersten Johannes lesen wir, es gibt Wenn wir unerlöste Menschen sind, so steht es im ersten Johannesbrief. Dann sind wir Knechte der Sünde, so steht es in Johannes 8 Abvers 32, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wer die Werke des Teufels tut, der ist das Teufels Knecht. Und jede Sünde, die der Mensch tut, ist ein Fauchschlag in das Angesicht Gottes. Und jede Sünde, die der Mensch tut, summiert sich als Anklageschrift. Das Heiligen Gottes gegen uns. Und deswegen singt Woltersdorf, die Handschrift ist zerrissen, die Zahlung ist vollbracht. Er hat mich lassen wissen, dass er mich frei gemacht. Er, der versankt in bittern Tod und der für meine Seele sein Blut zum Opfer bot. Ich weiß sonst nicht zu sagen, als dass ein Birger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich ein Heller fehlt. Das ist das Wunder der Lösung, dass der Jesus Christus gekommen ist, als der Bürger, als der Stellvertreter und sein Kreuzesleiden hat uns erlöst von der Macht der Sünde, von der Schuld der Sünde, von der Gebundenheit an den Satan und sein dämonisches Heer. Tja, und dann kommen wir zur dritten Säule, die Auferstehung. Stellt euch vor, ist ja gar nicht vorstellbar, unser Heiland wäre im Grabe geblieben. Das ist ja der lauteste Beweis, wenn man nach Jerusalem kommt, da schreien ja die Steine, das Grab ist leer. Die Frauen sagen, wer rollt uns den Stein von das Grab ist Tür. Der Stein ist längst weggerollt. Das Grab ist leer. Man sieht heute noch die Rinne, worin der Stein rollte. Petrus bückte sich hinein. So steht es in Lukas 24, Vers 12. Wir müssen uns alle hineinbücken, wenn wir in dieses Grab wollen. Genau wie Petrus. Der Engel des Herrn war zur Rechten. Ja zur Rechten, da war die Grab anlage des Josef von Arimathea nicht zur Linken, zur Rechten. Dort lag unser Herr, wenn man dieses Grab kommt. Es gibt keinen Ort in Jerusalem, wo die Steine so laut schreien und mit der Bibel übereinstimmen. Hier ist es, hier ist der Hügel, auf dem er starb. Und hier ist der Garten des Josef von Arimathea und hier ist das neue Grab, wo er gelegen hat. Und nun kommt der Jugelruf, wie wir im Volk zum uns sagen, der Osterruf, unser Herr ist auferstanden. Ja, was ist denn das Gewaltige der Auferstehung, dass er den Tod in alle Ewigkeit besiegt hat, dass der Tod ihn nicht halten konnte, weil er ohne Sünde war, ist er auferstanden. Ja, er musste Mensch werden, um am Kreuz für uns überhaupt sterben zu können, um in den Tod gehen zu können, aber der Tod konnte ihn nicht halten, er ist auferstanden, lebt. Die lieben Geschwister und Freunde, wir haben einen lebendigen Heiland. Der christliche Glaube ist doch nicht in die Vergangenheit gerichtet, wie sowas altes antiquiertes, ja damals vor fast 2000 Jahren, da war Jesus auf dieser Erde und starb für uns. Wenn wir nach Israel kommen, dann sehen wir das immer, wenn die verschiedenen Konfessionen dorthin kommen, wie sie die toten Steine küssen, ihre Rosenkranze weihen, an den sogenannten heiligen Orten niederfallen, als ob die heiligen Orte ihre Heiligkeit auf die Besucher abgeben würden. Da merkt ein wahrer wiedergeborener Gläubige erstmal, wie reich er ist. Wenn er daran denkt, wir haben einen lebendigen Heiland, der ist auferstanden, der ist gen Himmel gefahren, der ist zur Rechten Gottes und kommt wieder, der ist mein hoher Priester und der hört mein Gebet. Gewiss die anderen Weltreligionen, die haben alle in der geschichtlichen Vergangenheit irgend so einen Religionsstifter, der mal gelebt hat und gestorben ist. Die tot sind, sind alle gestorben und verdorben. Aber unser Jesus Christus ist auferstanden und lebt. Er ist gen Himmel gefahren, das ist die vierte Säule unseres christlichen Glaubens und seine Himmelfahrt ist die Garantie dafür, dass ich auch mal meine Himmelfahrt erlebe. Der Dichter sagt, lässt auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Der Heiland sagt, in meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und wenn ich die Städte bereitet habe, dann komme ich wieder, dann nehme euch zu, mir auf das ihr seid, wo ich bin. Ja, fragen Sie Ob sie eine lebendige Hoffnung haben, wenn sie ihr irdisches Gewand ihres sterblichen Leibes abgelegt haben, wenn sie gestorben sind, wenn sich der Sargdeckel über ihnen geschlossen hat, ob sie dann noch eine Hoffnung haben. No future. Kennen Sie dieses Wort? Ein Wort unserer Jugend, keine Zukunft. Deutschland hat keine Zukunft. Die Atomraketen starren von Ost und West. auf dieses kleine Flecklein Erde. No future. Keine Zukunft. Und selbst wenn keine Atomraketen ständen, der Mensch, der auf dieser Erde lebt, ohne Gott, ohne Jesus Christus, hat keine Zukunft. Der Dichter sagt, er lebt in ein Nachtgrauen ohne Morgenrot hinein. Aber nun kommt der christliche Glaube, wir haben einen lebendigen Heiland, der Jesus ist auferstanden, der Jesus ist zur rechten Gottes des Vaters. Ihr lieben Freunde und Geschwister, stellt euch das mal bildlich vor. Stellt euch jetzt mal, was wir uns nicht vorstellen können, in Gedanken, den Tron Gottes vor. Offenbarung 4 wird er beschrieben. Und und der Sohn Gottes, der Heiland, der für dich und mich gestorben ist, der ist jetzt zur rechten Gottes. Hebräer 7, Vers 25 sagt, er bittet immer da für uns. Hebräer 9 sagt, er ist durch sein Eigenblut durch die Himmel gegangen und ist erschienen vor dem Angesichte Gottes für uns. Stellt euch mal vor, unser Heiland ist jetzt beim Vater und bittet für uns. Er kennt uns mit Namen. Und wenn wir nicht mehr beten können, dann betet er für uns. Er ist unser Stellvertreter. Johannes sagt in seinem ersten Brief, so wir sündigen, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist. Ich habe das oft erlebt, wenn ich in den Jahren meines Gemeindedienstes im Krankenhaus war und ein lieber Gläubiger wurde heimgerufen, dass dann die Angehörigen sagten, wenn dann der liebe Kranke im Koma lag oder er konnte nicht mehr sprechen, sein Gesicht war weg, sein Gehör war weg, es kam kaum noch Lebenszeichen. Was ist mit ihm? Wo ist seine unsterbliche Seele? Was ist mit seinem Glaubensleben? Er kann ja gar nicht mehr beten, er kann ja nichts mehr wahrnehmen. Jesaja, wir lieben Geschwister, er hat doch einen lebendigen Heiland. Der Jesus im Himmel bittet doch jetzt für ihn. Der Jesus ist doch im Himmel. Er hat doch vor seiner Himmelfahrt gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich habe einen Heiland, der alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Und dieser Heiland bewahrt mich und segelt mich und führt mich und geleitet mich. Zu diesem Heiland kann ich beten, dieser Heiland erhört mein Gebet. Warum erhört dieser Heiland mein Gebet? Nun, weil er die Sündenmauer zwischen dem Heiligen Gott und mir sündigen Menschen weggenommen hat. Und wenn unerlöste, nicht wiedergeborene Menschen beten, dann erhört sie Gott normalerweise nicht, weil die Sündenmauer zwischen ihnen steht. Nur wenn der Sünder um Gnade schreit, wer den Namen des Herrn anrufen wird, Gott sei mir Sünder gnädig, der wird Erlösung finden. Aber die vielen frommen religiösen Menschen, die sich einbilden, sie beten zu Gott, haben ihre Gebetsbücher und ihre Rosenkränze und ihre Gebetsmühlen, dass es plattern wie die Heiden, sagt unser Heiland. Ihr Lieben, wir haben den freien, offenen Zugang zum Vater, durch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesu Christi, der Jesus hat durch sein Kreuzesleiten die Mauer der Sünde durchbrachen, der Weg zum Vater ist frei. Und wir haben als wiedergeborene Gläubige, das werden wir morgen Abend noch besonders hören, den Heiligen Geist in unserem Herzen. Und dieser Heilige Geist rufet, aber lieber Vater. Und dieser Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, denn wir können noch so schöne geformte Gebete machen. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Heilige Geist selbst weiß, was das Geistessinn sei. Er vertritt uns vor dem Vater. Durch ihn, den Heiligen Geist, haben wir den Zugang zum Vater. Wenn also derselbe Heilige Geist in meinem Herzen lebt, der am ersten Pfingstfest in Jerusalem vom Himmel kam, ja, ihr Lieben, dann erhört doch der Vater im Himmel sein Kind, wenn ich durch das Erlösungswerk Jesu Christi ein Kind Gottes geworden bin. Und seht, diese Grundlage des christlichen Glaubens will man uns je länger, je mehr nehmen. Vor einiger Zeit ging ein Sturm durch die sogenannten Freikirchen. Da war so ein Seminardirektor, der hatte verlauten lassen, dass die Jungfrauengeburt Jesu nur so eine Reflexion der Gemeinde war. Ich sage das jetzt aus dem Gedächtnis. Nun, dieser Seminardirektor soll abberufen worden sein. Ihr Lieben, damit fängt die sogenannte moderne Theologie an. Wenn wir das nicht mehr glauben, was die Bibel sagt, dass der Jesus sündloser Gottes Sohn in seinem Mensch war als sündloser Menschensohn und dass der Sündlose wie uns auf Golgatha starb und auferstand und den Himmel fuhr, der Lieben, dann ist die ganze Grundlage unseres christlichen Glaubens zusammengebrochen. Dann haben wir eine Selbsterlösung. Dann müssen wir uns den Himmel selber verdienen. Und wenn wir uns den Himmel selber verdienen, müssen wir lieben, dann sind wir auf dem Holzweg. Kein Mensch kann sich selber lösen. Kein Mensch kann sich selbst aus dem Sumpf der Sünder rausziehen, an seinen Ohren oder Haaren packen und sagen, ich zieh mich in den Himmel hinein. Sondern das Erlösungswerk Jesu, das macht uns sünderselig. Unseren Reisen durch das Heilige Land sehen wir das immer so eindrücklich in Jerusalem mit der sogenannten grausamen Grube. Also ich habe nie in meinem Leben gewusst, was die grausame Grube des Verderbens war. Ich weiß, was eine Grube ist, ja. Aber was die grausame Grube des Verderbens ist, das habe ich nie gewusst. Die grausame Grube des Verderbens ist in Fels gemeißelt, eine Wasserzisterne, wo man in alter Zeit Regenwasser gesammelt hat und das hat man dann die heißen Sommermonate über geschöpft, weil ja in Israel 300 Tage Sonne ist im Jahr und es nur der sogenannte Frühregen im Oktober, November, der Spätregen im Februar, März gibt. Aber das reicht für das Land, das von Milch und Honig fließt. Und dann haben die Leute noch zusätzlich sich Wasserspeicher angelegt, in dem sie in Fels tiefe Gruben meißelten, wo, damit das Wasser geschützt wurde, oben nur so ein Loch war, dass man so einen dicken Eimer hinunterlassen konnte. Und dann schöpfte man eben dieses schöne Regenwasser in den heißen Sommermonaten dort heraus. Es gab natürlich auch richtige tiefe, lebendige Wasserbrunnen. Man hat heute in der Arawa, zwischen dem Toten und Roten Meer, hat man in 400 Meter tiefe Wasser gefunden. Jerusalem hat 16 unterirdische Wasserbrunnen, fast Wasser sehen. Also Wasser ist genug da im Heiligen Lande. Aber in alter Zeit hatte man sich eben zusätzlich solche Zisternen gemacht und schöpfte eben das Wasser dort heraus, das schöne weiche Regenwasser. In Israel kann es ja wolkenbruchartig regnen. Also man denkt, die Sintflut kommt vom Himmel. Muss man mal miterlebt haben. Glaubt man gar nicht. Kann man erleben, dass durch einen Wolkenbruch der See Genezareth um einen Meter steigt. Bitte, der ist 22 Kilometer lang und 11 Kilometer breit und 48 Meter tief. Keine Vorstellung, was in so einem subtropischen Klima, was da für Regenfälle kommen können. Und das reicht ihm für den ganzen Sommer, sonst scheint in Israel die Sonne. Und nun kam in alter Zeit irgendein satanisches Menschenhörn auf die Idee, wir lassen diesen Winter kein Wassermeer in diese Gruben ab, sondern wir lassen jetzt an einem Strick einen Menschen hinab. Oben auf das Loch machen wir einen Deckel. Ob da unten Wasser oder Schlamm ist, interessiert uns nicht. Wir lassen den Menschen da unten in der grausamen Grube umkommen. Vielleicht so hoch wie dieser Saal, vielleicht etwas höher, ganz im Felsen gemeißel glatt. In der Mitte geht dann dieses Loch so konisch zu, dass ein Mensch nicht an diesen glatten Wänden hochklettern kann. Dann wird er mit Stricken hinunter gelassen. Jeremia ist auch in so einer Grube gewesen. Wer die Bibel kennt, weiß das. Psalm 40 redet ja von dieser grausamen Grube des Verderbens. Psalm 69 sagt, dass ich nicht das Loch der Grube über meinem Haupttisch schließe. Da wird oben ein dicker Stein draufgelegt und dann ist der Mensch in totaler Finsternis. Dann kann er schreien, dann kann er toben, dann kann er sich die Finger blutig kratzen, an diesen glatten Steinwänden. Dann kann er bis zum Wahnsinn schreien, bis er verhungert ist. Und die Knochen und die Leiche und das Verweste bleibt da unten liegen, bis man den nächsten Gefangenen hinunterlässt. Und ab und zu lässt man auch Speisen hinunterfallen, wenn die Leute acht oder vierzehn Tage gehungert haben und dann stürzen sich diese unglücklichen Opfer, ausgehungert auf diese Speisen. Und dann lässt man schnell von oben Steinen unterfallen, um den Leuten die Glieder zu zerschmettern. Grausame Grube des Verderbens. Psalm 40, Vers 1 bis 3. Und der Psalmist gebraucht diese grausame Grube des Verderbens als ein Bild für unser Verlorensein. Wir Menschen leben auf dieser Erde in so einer grausamen Grube der Sünde und des Todes gefangen und kein Mensch kann sich selbst erlösen. Die Hilfe kommt von oben. Wenn ein Mensch aus dieser grausamen Grube herausgezogen werden will, so war es ja beim Propheten Jeremia, dann muss von oben der Strick kommen, um den Menschen wieder hochzuziehen. Oder die Leiter. Und unser Heiland ist vom Himmel gekommen, in die grausame Grube auf diese Erde. Wilhelm Schopenhauer, der deutsche Philosoph, sagt, er hat viele Schlüssel gefunden zu vielen Geheimnissen dieser Welt. Aber ein Schlüssel fehlt ihm noch. Wie kommt er? Aus dieser dreidimensionalen, geschlossenen Welt heraus. Das ist die grausame Grube, die dreidimensionale, geschlossene Welt der grausamen Grube, in der wir leben. Kommt keiner heraus. Nein. Die Hilfe kommt von oben. Unser Heiland ist vom Himmel gekommen, ist in diese grausame Grube gekommen. Sagt zu uns, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Glaubet an mich. Ich führe euch aus dieser grausamen Grube raus. Mein Erlösungswerk von Golgatha, meine Auferstehung und Himmelfahrt ist die Garantie für euch, dass ich euch errette, dass ich euch zum Vater führe, dass ihr sünderselig werdet. Tja, ihr Lieben, das ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Und in dem Augenblick, wo wir aufhören zu glauben, dass unser Heiland als der sinnlose Gottessohn für unsere Sünden am Kreuze starb, dass er auferstand und kein Himmel fuhr, dann haben wir keinen christlichen Glauben mehr. Dann haben wir vielleicht irgendeinen Glauben, einen Allerweltsglauben. Einen Glauben, der vielleicht mal in der Hure Babylon endet, so steht es Offenbarung 17 und 18, kurz bevor der Herr wiederkommt. Dann haben wir vielleicht den Glauben einer abgefallenen Namenschristenheit. Ja, dann leben wir vielleicht in einem glaubensmäßigen Etikettenschwindel. Wir kleben uns alle so ein frommes Etikett auf. Ich bin Christ, ich bin evangelisch, ich bin katholisch, ich bin, ich bin. Und in Wirklichkeit sind wir nichts. Woltersdorf sagt, wer bin ich, wenn es mich betrifft? Ein Abgrund voller Sündengift. Das ist der Mensch. Und um zu begreifen, was wir für ein abgrundvoller Sündengift sind, brauchen wir nicht in die Hurenhäuser nach Hamburg und nach Frankfurt zu gehen. Nein, nein. Brauchen wir nicht in die Gefängnisse zu gehen, um uns die Mörder anzugucken. Wenn wir wissen wollen, was für ein abgrundvoller Sündengift wir sind, dann blicken wir nach Golgatha. Dort stirbt der Sündlose für uns Sünder. Und wenn wir dieses Leiden begreifen, wie unser Heiland gestorben ist, dann sehen wir uns als Sünder. Dann erkennen wir, er starb für meine Sünde. Ich müsste so bei diesem Thema denken, die Grundlage unseres christlichen Glaubens kommt öfters in der Bibel vor, dieses Wort. Steht in Psalm 87. Sie ist festgegründet auf den heiligen Bergen. Wer ist das? Sie. Nun, die heilige Stadt Jerusalem. Die Stadt Gottes heißt es Psalm 87. Und wieso ist die Stadt Jerusalem, die Stadt Gottes gegründet auf den heiligen Bergen? Ist der Ölberg ein heiliger Berg? Ist Golgatha ein heiliger Berg? Ist Moria ein heiliger Berg? Ist der Berg Zion ein heiliger Berg? Ja. Warum? Weil dort der Sohn Gottes die Grundlage zu unserer Lösung gelegt hat. In des Ölbergs Garten knie der Schweiß bedeckt sein Angesicht. Dort ist Gethsemane. Dort wurde sein Schweiß zu großen Blutstropfen. Und dann schleppte man ihn in die Palastanlage des Kaifers. In das Haus des Hohen Priesters. Wo liegt das? Nun, am Ostabhang des Sionsberges. Und dann schleppte man ihn nach Gabata zum Pilatus. Wo liegt Gabata? Mitten auf dem Rücken des Berges Moria. Und dann schleppte man ihn nach Golgatha. Wo liegt Golgatha? Golgatha ist der Nordausläufer des Berges Moria. 792 Meter über dem Meeresspiegel. Neben dem Ölberg, fast der höchste Berg von Jerusalem. Dass alle den Gekreuzigten sehen konnten. Da haben die Römer gekreuzigt. Und der 87. Psalm spricht davon. Die heilige Stadt Jerusalem ist fest gegründet auf den heiligen Bergen. Was ist denn da gegründet? Nun, die Grundlage unseres Glaubens ist gegründet. Dass das Grund, die Grundlage unserer Lösung, dass das Fundament unserer Lösung gelegt wurde. Am Ölberg in Gethsemane. Kaiferspalast am Sionsberg. Gabata auf dem Moria. Golgatha, dort starb er für uns. Das sind die heiligen Berge. Um Jesu Willen sind es heilige Berge. In dem Richthaus vor Pilatus steht der Heilandtorn gekrönt. Mit dem Purpurgleid geschmückt, sehr verspottet, sehr verhöhnt. Und die Mängel kommt zusammen. Rufet kreuzige, kreuzige ihn. Gib uns Barabbas, den Mörder. Weg mit diesem kreuzige ihn. An das Kreuz schlug man den Heiland. Ihn, der ohne Schuld und rein. Sag, was willst du tun mit Jesus? Was soll deine Wahl heute sein? Es gibt nur eine Wahl. Der Heiland sagt, wenn ich mit mir ist, der ist gegen mich. Es gibt nur eine Wahl für dich heute Abend. Du bist mit ihm, für ihn. Du nimmst dieses Erlösungswerk, diese Grundlage der Lösung von Golgatha. Nimmst du im Glauben an. Gehst auf deine Knie und rufst im Gebet den Name des Herrn Jesu an und sagst, Herr Jesus, ich erkenne vor dir, dass ich ein verlorener Sünder bin. Herr Jesus, ich weiß, dass ich ohne dich verloren bin. Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Herr Jesus, ich nehme das Erlösungswerk von Golgatha für mich persönlich in Anspruch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich am Kreuz erlöst hast. Herr Jesus, ich glaube, dass dein Blut mich reinmacht von aller Sünde. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, vergib mir alle meine Sünden. Wasch mich rein mit deinem Blut. Komm jetzt in mein Herz durch deinen Heiligen Geist. Erfülle mein Herz mit deinem Heiligen Geist, dass ich ein Kind Gottes werde und dass ich mein Leben gründe auf die Grundlage deiner Erlösung von Golgatha. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Und wo Grundlegung der Welt, so haben wir es eben aus Epheser 1 gehört, war unser Heiland bereit für uns zu sterben. Das ist ein Fundament, ihr Lieben. Das ist eine Grundlage. Das ist Frage Nummer 1 des Heidelberger Katechismus. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was antwortest du? Dass ich beides im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Was ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben? Du lebst, ja. Aber du wirst auf einmal sterben. Du weißt nicht wann. Aber die Verte Israels haben gesagt, man soll sich einen Tag vor seinem Tode bekehren. Und wann stirbst du? Wann ist ein Tag vor deinem Tode? Weißt du es? Ich weiß es nicht. Wann ist ein Tag vor meinem Tode? Es könnte sein, dass ich morgen sterbe. Könnte sein. Morgen werden viele Menschen sterben. Die Welt ist groß. Menschen wie du und ich. Wenn also morgen mein Sterbetag wäre, dann ist ein Tag vor meinem Tode heute. Ja. Und deswegen sagt die Bibel heute. So ihr seine Stimme höret, verstockert eure Herzen nicht. Wann soll sich ein Mensch zum Herrn Jesus Christus bekehren? Heute. Wann soll er diese Grundlage, dieses Fundament des Erlösungswerkes in Anspruch nehmen? Heute. Wann soll er zum wahren christlichen, lebendigen, göttlichen, biblischen Glauben an den Herrn Jesus kommen? Heute. Was sagt unser Heiland, als er zum Zachäus kommt? Zachäus, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Heute ist deinem Hause heil widerfahren. Heute, an diesem Sonntagabend, ist die Gnadenstunde, wo wir uns ihm übergeben dürfen. Und wenn wir uns ihm übergeben haben, wenn wir Kinder Gottes sind, dann dürfen wir ihm heute, heute Abend ganz neu und von ganzem Herzen danken für dieses gewaltige, herrliche, wunderbare Lösungswerk. Und dann, so werden wir es morgen Abend hören, werden wir ihn und durch die Erlösung, die Wiedergeburt empfangen. Da fängt unser neues Leben mit dem in Jesus an. Da können wir singen mit dem Dichter an dem Kreuz, an dem Kreuz brach der Morgen mir an. Und das blinde Auge war aufgetan, in das Herze ließ ich den Heiland ein. Hoshiana, nun ist der Friede mein. Was Wunderbares. Heute. Heute soll er seine Stimme hören. Verstocket eure Herzen nicht. Möge uns der Herr segnen, zu diesem seligen heute, dass wir das ganze Lösungswerk unseres Herrn Jesu als Grundlage unseres Glaubens annehmen. Dann können wir selig leben auf dieser Erde und einmal selig sterben. Dazu möge uns der Herr segnen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lamm Gottes, deinen Wunden verdank' ich's Tag und Nacht, dass sie den Rat gefunden, der Sünder selig macht. Gelobet sei dein Todes Schweiß und allen deinen Schmerzen sei ewig Ehre und Preis. O Herr Jesus, wir beugen uns vor dir und beten dich an als den wahren, lebendigen Gottessohn. Du hast dein Herzblut für uns auf Golgatha vergossen. Du hast in des Ölbergsgarten gerungen, dass sein Schweiß wie große Blutstropfen auf die Erde fiel. Du bist in dem Richthaus des Pilatus mit Dornen gekrönt und gegeißelt worden, dass dein Blut in Ströme floss. Und das alles für uns. Bitterwarm kreuze dein Schmerz. Blutgedorrenen flocht man dir zum Kronen. O Herr Jesus, wir danken dir, dass du das alles für uns getan hast. Und nun berühre unsere Herzen. Und all die in unserer Mitte, die nicht dein sind, lasst ihr es heute Abend erfahren. Jesus nimmt die Sünde an.